Moin Moin, den Aufbau des Grundbuchs kennen Sie bereits. In diesem Video wollen wir die Arbeit mit dem Grundbuch näher betrachten. Hierzu greifen wir auf die von Ihnen bereits vorbereiteten Belege zurück. Der erste Beleg dokumentiert den Geschäftsvorfall Kapitalanlage der Viking IT Service LEG GmbH. Er zieht einen Wertezufluss im Bereich Vermögen, Kontobank in Höhe von 50.000 Euro und einen Werteabfluss im Bereich Schulden, Kontokapitaleinlage in derselben Höhe nach sich. Für Ihr Grundbuch oder Journal führt dieser Geschäftsvorfall gemäß dem Konstitutionsprinzip für Buchungssätze Der Kontrollzeile am Fuß der Tabelle können Sie entnehmen, dass der Buchungssatz wertmäßig richtig ist, denn das System befindet sich wertmäßig im Gleichgewicht. Der zweite Beleg dokumentiert den Geschäftsvorfall einer Eingangsrechnung von der IT Nord GmbH. Er zieht einen Wertezufluss im Bereich Aufwand, Kontowareneinkauf in Höhe von 4.120,80 Euro, einen Wertezufluss im Bereich Vermögen, Kontovorsteuer in Höhe von 782,80 Euro und einen Werteabfluss im Bereich Schulden, Kontoverbindlichkeiten in Höhe von 4.902,80 Euro nach sich. In Ihrem Grundbuch oder Journal wird gemäß dem Konstitutionsprinzip der Buchungssatz Aufwand, Kontowareneinkauf und Vermögen, Kontovorsteuer an Schulden, Kontoverbindlichkeiten festgehalten. Der Kontrollzeile am Fuß der Tabelle können Sie entnehmen, dass der Buchungssatz wertmäßig richtig ist, denn das System befindet sich wertmäßig im Gleichgewicht. Der dritte Beleg dokumentiert den Geschäftsvorfall, dass Sie eine Eingangsrechnung von IT Nord GmbH per Bank bezahlen. Er zieht einen Wertezufluss im Bereich Schulden, Kontoverbindlichkeiten in Höhe von 4.902,80 Euro und einen Werteabfluss im Bereich Vermögen, Kontobank in derselben Höhe nach sich. Für Ihr Grundbuch oder Journal zieht dieser Geschäftsvorfall den Buchungssatz Schulden, Kontoverbindlichkeiten an, Vermögen, Kontobank nach sich. In der Kontrollzeile am Fuß der Tabelle können Sie entnehmen, dass der Buchungssatz wertmäßig richtig ist, denn das System befindet sich wertmäßig im Gleichgewicht. Der vierte Beleg dokumentierte den Geschäftsvorfall einer Ausgangsrechnung an die Tourismusförderung Angeln GmbH. In Ihrem Grundbuch oder Journal wird der Buchungssatz Vermögen, Kontoforderungen an Ertrag, Kontowarenverkauf und Schulden, Kontoumsatzsteuer festgehalten. Der Kontrollzeile am Fuß der Tabelle können Sie entnehmen, dass der Buchungssatz wertmäßig richtig ist, denn das System befindet sich wertmäßig im Gleichgewicht. Der fünfte Beleg dokumentiert den Geschäftsvorfall Kunde Tourismusförderung Angeln GmbH bezahlt Rechnung. Für Ihr Grundbuch oder Journal wird der Buchungssatz Vermögen, Kontobank an Vermögen, Kontoforderungen festgehalten. Der Kontrollzeile am Fuß der Tabelle können Sie entnehmen, dass der Buchungssatz wertmäßig richtig ist, denn das System befindet sich wertmäßig im Gleichgewicht. Sie haben Ihre Geschäftsvorfälle im Grundbuch oder Journal in Form von Buchungssätzen festgehalten. Damit haben Sie die Grundlage für die weitere Arbeit mit dem Hauptbuch geschaffen. Herzlichen Dank für die Mitarbeit!